Die erste Szene Die erste Szene Und jetzt möchte ich das Wort an unseren Kanzel übergeben. Bienvenidos a Die erste Szene. Estamos muy contentos que podamos presentar nuestro festival por quinta vez. Agradecemos a todos quienes hacen posible Diez de Szene. Agradecemos especialmente a nuestro team de Café Azul y Diez de Szene. Vamos a mostrar la película Bad Influence o Mala Junta de Claudia Huayquimilla. Y quisiera invitar al Cónsul de Chile, Christian von Loewenstein. Muchas gracias. Muy buenas noches, sehr schönen guten Abend. Gracias, señora Montero. Gracias, querida Gala. La quinta Versión de los Días de Szene, die fünfte Versión des latinoamericanischen Filmfestivals Días de Szene, fünfte Mal. Das ist viel. Und es ist nicht nur viel, sondern es ist auch die Bestätigung, dass dieses Event sich in Frankfurt langsam einbürgert. Und das macht mich sehr froh, für zwei Gründe. Eine, weil in den ganzen Versionen des Festivals de Szene se muestra eine gama sehr variante der Produktion Cinematografica Latinoamericana. Esa ist eine der Gründe. Und ich habe ein Chileno. Und in jeder einer der Versionen gibt es eine Chilene. Also, ich möchte meinen Dank ausdrücken den Organisatoren. An erster Stelle den Filmmuseum und an zweiter Stelle, wie schon Gala erwähnt hat, den Organisatoren Team Café Azul, die das möglich machen. Les deseo que disfruten la película, les deseo que disfruten el Festival completo hasta el domingo. Y bueno, buena película. Muchas gracias.